Ein Schüler der berufsbildenden Schule Wildeshausen in der St. Peterstraße ist am Mittwochmorgen um 10 Uhr bei einer Auseinandersetzung mit einem Mitschüler schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass das 16-jährige Opfer aus großen Kneten den Toilettenbereich aufsuchte und hier durch einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der Jugendliche wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Lehrpersonal sowie die Schülerinnen und Schüler wurden durch das Kriseninterventionsteam des Landkreises Oldenburg psychologisch betreut. Der Unterricht wurde abgebrochen. Der 17-jährige Tatverdächtige aus dem Raum Gandakesee wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. aus dem Raum Gandakesee wurde durch das Tränen diese Rosenus spermizzyk Stella vorläufig festgenommen. Der Unterricht von Bergstrom chose dem Raum, aber der Schlajone war servicio zu sehen. Die Ermittlungen lange so meinen abs kommt in den Raum, & Tesli 150-14 kg und verteidigte die Feuer der Piloten wie über 20 Mitarbeiter.